Das war's für heute. Die können wir nicht sehen. Die können wir auch nicht anfassen. Aber die Zeit, die existiert. Wenn die Zeit jetzt existiert und es wirkt auf die Antenne Person, das bedeutet für die Menschen Tod und Leben. Ein Mensch. Seine Poesie, seine Gedichte, Rückkehr zur Heimat. Er hat durch dieses Gesicht die Schicksalarbeiter bei Foxconn beschrieben. Das sind nicht nur die Schicksale von den Arbeiter, sondern auch sein eigenes Schicksal. Und Schicksal der modernen chinesischen Gesellschaft. Außerdem, Verfassung. Man kann sagen, dass die Verfassung das wichtigste Dokument einer Zeit ist. Erst in dem 20. Jahrhundert hat China die erste Verfassung bekommen. Was hat solche Verfassungen mit der chinesischen Geschichte und Realität zu tun? Das ist... Diskutieren hier über die Zeit. Die Zeit ist nicht nur eine Zeit. Die sind nicht trocken. Diskutieren hier über die Zeit ist nicht nur eine Zeit. Die Zeit ist nicht nur eine Zeit. Bitte eine Zeit für die Zeit. bis zum nächsten Mal. Die Mutter von mir geht um die Zutaten. Das ist der Jahrhundert der 13-Jer. Die 12-Jer-Jer-Jer-Jer-Jer-Jer-Jer-Jer-Jer-Jer. Die Frau von der Mutter hat sie zum Beispiel. Die Mutter hat sie auf die Kugel und sie hat sie auf die Kugel. Sie hat sie nicht mit der Kugel-Jer-Jer-Jer-Jer-Jer. Sie hat sie mit der Kugel-Jer-Jer-Jer-Jer-Jer-Jer-Jer-Jer-Jer-Jer-Jer-Jer-Jer-Jer. Bein zu kleinen Kleinen. Die Kinder sind in der Zeit, die im Kuhl-Kerik in der Zeit, die ich für die Arbeit in der Arbeit habe. Sie haben sich in der Zeit, in der Zeitung verweckt, sie verweckt werden. Sie sind in der Zeitung und die Erlangen. Sie sind in der Zeitung, Sie haben einen Schrauch in der Zeitung. Sie sind in der Zeitung, Sie haben sie tanzen, Sie haben sie in der Zeitung, die sich in der Zeitung nicht verweckt. In jungen Jahren, da zählt man vom Parterre bis zum zwölften Stock. Hat man ausgezählt, ist das Dachgeschoss erreicht. Ein junger Mann, ja, der gedenkt zu fliegen, doch der Flug des Vogels ist seine Sache nicht. In jungen Jahren zeichnet man eine gerade Linie, so schnell ist ein Blitz. Man sieht mit eigenen Augen nur die vordere Hälfte, die Erde, etwas größer als das Fleckchen L'Honjois, das mitten ins Gesicht schlägt. So schnell trägt es die jungen Jahre fort, so schnell das kleine, kleine Weiß des Reiskorns. Mutters Tränen springen vom Dachrand hinunter. Das ist der dreizehnte Sprung in diesem halben Jahr. Zuvor waren es zwölf Namen, sie wurden zum Stäubchen und das fiel gar nicht lange her. Der Herbstwind geht selbst nachts durch Mutters Farn, weiße, weiße Asche, leichtes, leichtes Weiß. Im Zug auf dem Weg nach Hause schert die Asche kein Weiß, kein Weiß eines Reiskorns, kein Weiß des Farns, kein Weiß der Mutter, kein Weiß des Reifs. Ein so großes Weiß begräbt, ein so kleines, kleines Weiß, so wie eine Mutter ihre Tochter begräbt. Im zwölften Stock ein Sicherheitsnetz anzubringen, das ist meine Arbeit, mein Tageslohn. Ich ziehe mehlig eine Schraube an, im Uhrzeigersinn. Sie wehrt sich und behauptet sich gegen meine Gewalt. Mehr Gewalt, mehr Gefahr. Reis, das ist ein duftiges Fischmaul, zwei Tautropfen in den Grübchen, die Kleider im Herbst, jeden Tag eines weniger. Auf dem Papier bist heimgekehrt, mein Kamerad. Außer nach dem Reis, nach deiner Braut, fragen nur wenige nach dem Lager, aufgeschlagen unter der Nummer 701, wo du einmal die Reisnudeln von Dongguan aßest. Als ein Unternehmen von sterblichen Menschen ist das Leben der Verfassung auch etwas, was innerhalb der Zeit passiert. Während in der Vergangenheit die alten Gesetze gemacht haben und dabei Ewigkeit angestrebt haben, ist die Verfassung heutzutage für die modernen Menschen inzwischen etwas, was sich mit den Zeitläuften ständig weiter ändert. Aus einer modernen Blickrichtung aus betrachtet, ist die Verfassung nicht länger das Instrument göttlicher Vorsehung, sondern es ist etwas, was die kollektive Selbstbestimmung auf diese gegründet ist und was einer speziellen politischen Gemeinschaft dient, um jeweils ihre Selbstbestimmung darin zum Ausdruck zu bringen. Das Prinzip der Souveränität beinhaltet auch, dass die neue Generation dieses Gesetzes, das niedergelegt wurde von den alten, verändern kann, wenn sie findet, dass es nicht mehr zu den Zeitläuften passt. Dieses moderne Verständnis des Verhältnisses von Zeit und Verfassung eint den politischen offiziellen Diskurs von Washington nach Beijing, von Moskau bis Johannesburg. In China jedoch hat die Veränderung der Verfassung während des 20. Jahrhunderts eine ganz andere Dimension, nämlich eine Zukunftsdimension. Das ist verschieden von der Situation in allen anderen Ländern. Wenn wir Verfassung so verstehen wie in Politeia im griechischen Sinne, also als ein Gesetz, das sich ein funktionierendes politische Gemeinschaft gibt, dann hat jede funktionierende politische Gemeinschaft eine Verfassung, auch das chinesische Kaiserreich. Natürlich ist im chinesischen Kaiserreich von einer Dynastie zur anderen jeweils großer Umbruch gewesen, aber die Herrscher der unterschiedlichen Dynastien hatten doch einen relativ stabilen Kanon von Gesetzen. Das nannten sie Naturgesetz oder auch Gesetz des Himmels. Es gab dort keine lineare Zeitachse, sondern das war gegründet auf ein zyklisches Verständnis von Zeit. Das moderne Konzept von Verfassung jedoch hat sehr große Veränderungen inspiriert und zur Folge gehabt auch in China, denn es ist ganz verschieden von der alten Auffassung von Verfassung. Dieses neue Konzept, das nämlich die Verfassung von Menschen gemacht wird, ein Code, der das politische Leben organisiert, hat also große Veränderungen auch in China bewirkt. Die Idee hatte großen Einfluss in China, nachdem das Reich des Himmels von westlichen Großmächten verschiedentlich mehrfach stark besiegt worden war. Die chinesische Liederlage im Krieg zwischen Japan und China von 1894 war ein ganz besonders starker Schlag für das politische Selbstvertrauen des Hofes der Qing-Dynastie und auch für die konfuzianischen Skolaren und die Bürokraten. Die japanische Erfahrung dieses schnellen Aufstiegs nach der Mediereform und auch die Errichtung einer konstitutionellen Monarchie nach dem preußischen Modell wurde zum Vorbild für die chinesische politische Entwicklung. Der Fortschrittsglauben, der in verschiedenen Versionen aus Europa nach China hineinkam, hauptsächlich über die japanische Sprache, spielte auch eine sehr große Rolle. Während der letzten zehn Jahre der Qing-Dynastie war der chinesische Kaiserhof eigentlich nur daran interessiert, die politische Macht der Manzhu-Dynastie zu stärken. Das frustrierte die lokalen Han-Adeligen, die ihrerseits stärkere politische Partizipation verlangten. Im Oktober 1911, als dann die Revolution ausbrach, haben viele der konstitutionellen Monarchisten dann sich verabschiedet als Anhänger der Qing-Dynastie und sind dann zum revolutionären Lager übergelaufen. Die republikanischen Revolutionäre haben die Revolution in 1911 losgetreten. Sie haben auch die erste Verfassung von 1912 geschrieben, aber es gelang ihnen nicht, die Regierung der Republik, die dann etabliert wurde, zu beherrschen. Die Konservativen, die nun das alte administrative System der Zentralregierung kontrollierten, waren also auch mit dafür auslösend, dass nun Revolutionäre, die einen ganz anderen Diskurs, nämlich eine Diskussion von Demokratie und Fortschritt, anzettelten und damit versuchten, mehr gesetzgebende Kraft und auch örtliche Selbstbestimmung zu erreichen. Die Konservativen hingegen wollten die Zentralmacht des Präsidenten stärken, was auch ein Ziel war natürlich, dass sie verfolgen war, nach der Revolution zu verhindern, dass der gesamte Staat China zerfiel, dass er sich im Bürgerkrieg auflöste. Die Konservativen haben also zu diesem Zeitpunkt erfolgreich die revolutionäre Lager besiegt und dann die Verfassung von 1914 geschrieben, die einen extrem mächtigen Präsidenten im Zentrum hatte. Theoretisch war diese Verfassung nicht auf einem fortschrittlichen Bild von Revolution jetzt gegründet, sondern war eigentlich mehr eine Kontinuierung der imperialen Vergangenheit. Damals gab es wenig Opposition, aber als Präsident Yönchü Kai sich selbst zum Kaiser erklärte, in 1915, da stieß er auf sehr deutliche Opposition. Viele seiner Opponenten waren gar nicht gegen das monarchische, das Kaisersystem selbst, sondern sie sagten einfach, dass Präsident Yönchü Kai nicht geeignet wäre als ein legitimer Kaiser. Ihre Opposition wiederum verstärkte die revolutionären Kräfte, die natürlich gegen das kaiserliche, das monarchische System generell waren. Nachdem Yön besiegt wurde, hat dann die Monarchie, und zwar einschließlich der konstitutionellen Monarchie, was ja es auch als Forum gibt, ausgespielt in China und sie wurde stigmatisiert als eine altmodische, überkommene und nicht mehr mit den Zeitläufen in der Übereinstimmung stehende Institution. Nun, diese Situation, dass also Yön zu Fall kam, brachte auch etwas anderes, nämlich ein Zerfallen der regierenden Koalition der politischen Kräfte unter seiner Führung. Und China kam in eine Bürgerkriegszeit. Die Warlords verließen sich nur auf militärische Kraft, weil keiner von ihnen stark genug war, die anderen zu besiegen, hatten diese Warlords von Zeit zu Zeit versucht, über einen Diskurs von Verfassung sich selbst zu legitimieren, also eine Legitimation darauf zu gründen, dass sie sagten, wir stützen uns auf die Verfassung. Diese Instrumentalisierung, dieser Missbrauch der Verfassung und Verfassungsidee hat in China als politisches Konzept die Verfassung als Idee stark delegitimisiert, also sehr stark geschwächt. Dann gab es die neue Kulturbewegung zwischen den jungen Intellektuellen, die hat dann wiederum eine andere Idee von Fortschritt vorangetrieben. Diese Intellektuellen glaubten, dass das republikanische System eigentlich nicht in so einer sehr rückwärtsgewandten sozialen und kulturellen Umgebung, also in so einer altmodischen Gesellschaft überhaupt existieren kann. Und um nun die Republik an sich zu retten, sagten sie, ist es nötig, Gesellschaft und Kultur generell zu ändern. Diese Bewegung hat nun auch von den Eliten hinweg diese gesamte Fortschrittsbewegung oder Reformbewegung für Kultur und Gesellschaft von den Eliten weg hin zu einer Massenmobilisierung bewegt und damit die Basis gelegt für die spätere Gründung der Chinesischen Kommunistischen Partei und die Neuorganisation der Chinesischen Nationalistischen Partei, beides in den frühen 1920er Jahren. Sun Yat-sen, der Gründer der Nationalistischen Partei, der Kuomintang, hat dann selbst eine Theorie vorgelegt, die aber relativ dünn war. Er hat gesagt, die Weltgeschichte entwickelt sich von einer unzivilisierten Form dann hin zu der modernen naturwissenschaftlichen Vision. Aber Menschen, die eben noch nicht aufgeklärt sind, die haben gar nicht die Fähigkeit, Souveränität auszuüben und darum ist es nötig, sie anzuleiten, sie zu führen. Diese Führung wollte er mit seiner nationalistischen Partei, mit seiner Kuomintang und seiner Führung anbieten, bis die Bevölkerung sozusagen reif sei für eine Selbstbestimmung, für politische Selbstbestimmung. Sun hat da nicht gesagt, ob das auch eine schriftlich niedergelegte Verfassung, ob es derer bedürfe. Diese Ambiguität hat dann auch zu einem großen Kämpfen innerhalb der nationalistischen Partei in den frühen 30er Jahren geführt. Sun hatte gesagt, dass nachdem die Menschen reif geworden sind, selbst ihr Schicksal in die Hand zu nehmen, dann sollte seine Partei mit den anderen als gleichberechtigter Wettbewerber im Gegensatz treten. Die Nationalistische Partei hat das einigermaßen theoretisch so durchgezogen, aber tatsächlich eben doch nicht soziale Reformen, speziell Landreformen, also das Prinzip, wer pflanzt, dem soll auch das Feld gehören. Das hat nämlich Sun Erzien gesagt, das haben sie gar nicht umgesetzt. Diese Verfassung war also nicht in der Lage, Gesamtchina zusammenzufassen. Wenn wir nun Suns Idee angucken, dann sind die Ideen der Kommunistischen Partei mit dem historischen Materialismus eine viel stärkere Version der Geschichte des Fortschritts der Menschheit. Wir wissen alle, der historische Materialismus sagt, dass die Menschheit von der primitiven Gesellschaft über die Sklavenhaltegesellschaft, die feudalgesellschaft und die kapitalistische Gesellschaft zuletzt sich zur sozialistischen Gesellschaft entwickelt und dann noch natürlich die höchste Stufe erklimmt, nämlich die kommunistische Gesellschaft. Revolution ist hierbei eine Kraft, die ständig den gesellschaftlichen Fortschritt vorantreibt und auch ständig weiter betrieben will. Also Revolution ist eine Konstante. Die Aufgabe der Kommunisten in diesem historischen Prozess ist es, diesen Prozess zu beschleunigen, gemäß dem Gesetz der historischen Entwicklung. Und darum sollte die Verfassung jedes sozialistischen Landes diese Wahrheit der Geschichte mit der Souveränität des Volkes vereinen und die kommunistische Partei sollte das Medium sein zwischen dieser objektiven geschichtlichen Wahrheit und dem Volke. Das war also die Idee. Deshalb ist es auch so, dass, was immer die Verfassung der Volksrepublik China bestimmt, jetzt nicht nur eine ganz gewöhnliche geschichtliche Vision von gesellschaftlichem Fortschritt ist, sondern letztlich ein sehr hoher Anspruch, ein Anspruch auf die Wahrheit, die Wahrheit der Entwicklung der Geschichte selbst. Das heißt, diese Verfassung soll nicht nur bestätigen, dass in der Vergangenheit gewisse revolutionäre Errungenschaften erreicht worden sind, sondern sie zeigt auch gleichzeitig einen Blueprint, einen Vorschlag, wie in der Zukunft weiter die Gesellschaft sich ändern soll. Ernsthafte Kommunisten wollten nicht nur eine fortschrittliche Gesellschaft in ihrem eigenen Land etablieren, sondern sie wollten natürlich die gesamte Welt befreien. Die verschiedenen Verfassungen, die es in China gegeben hat, die von 1954, 75, 78 und von 82, unter diesen ist die von 1975 die mit den allerradikalsten Charakteristika. Hier geht es um die ständige Revolution unter der Diktatur des Volkes, also eine ständig stattfindende Revolution. Natürlich bedeutet das eine gewisse Heterogenität der Zeit, denn die Revolution, die wir heute machen, sollte von der von morgen verschieden sein. Jeden Tag handelt es sich um eine andere Art von Revolution. Es ist natürlich schwer, sich vorzustellen, wie nun in so einer Situation der ständigen Revolution überhaupt stabile rechtliche Normen existieren könnten. Das heißt, Verfassung wird eigentlich nur ein Werkzeug der Revolution. Wenn die Revolution es verlangt, dann kann man diese Verfassung ständig auch beiseite schieben und die einzelnen Menschen werden dann den politischen Stürmen ihrer Zeit ausgesetzt. Nachdem die Kulturrevolution eine große Tragödie war, hat dann die Verfassung von 82 diese Zukunftsdimensionen der chinesischen Verfassung etwas revidiert. In der Präambel dieser Verfassung heißt es, dass China in einem Anfangsstadium des Sozialismus für eine ganz lange Periode verharren wird. Das bedeutet natürlich, da haben wir nur ein ordentlich langes Stück Zeit und das wird eine relativ stabile Zeitperiode sein. Diese relative Homogenität der Zeit ermöglicht es jetzt überhaupt, dass wir hier gewisse stabile gesellschaftliche Regeln und auch gesetzliche Regeln überhaupt aufstellen. Das erst macht eine Rule of Law, also ein Gesetz und dessen Regierung überhaupt möglich. Gleichzeitig hat diese Verfassung auch die Verbindung mit der ganz frühen Vergangenheit Chinas nochmal unterstrichen, denn in dieser Präambel heißt es, China ist ein Staat mit einer der längsten Geschichten, also Historien in der Welt. Die Menschen der verschiedenen Nationalitäten in China haben gemeinsam eine großartige Kultur geschaffen und haben eine ganz ruhmreiche revolutionäre Tradition. Dieser Paragraf ist neu. In den vorigen drei Verfassungen taucht er nicht auf. Nachdem nun Deng Xiaoping Reformen, der Reform- und Öffnungspolitik gemacht hat, das ist Beginn 78, wurde 82 in eine neue Verfassung geschrieben, die dann wieder von verschiedenen Seiten kritisiert wurden. Die Liberalen sagten, okay, das ist zwar jetzt liberaler, aber im Prinzip ist das jetzt nicht viel besser als die vorausgegangenen drei Verfassungen. Es ist immer noch sehr weit entfernt von einem wirklichen Liberalismus, Freiheit von einer freiheitlichen Verfassung. Auf der anderen Seite des ideologischen Spektrums sagte, die linke Seite von China, dass das immer noch nicht revolutionär genug sei. Vielen Dank. 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 蝴蝶 蝶 买 意外 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 細出 一跳一跳找到你 当你还英俊 细长 焯迷于花朵 摇荡的小扇子 公园中 器官 烫伤 器官的吻 空气的阻力也得学 墙 墙 墙 死死按住彩绘的肩膀 木色垂落 反衬小小明艳的一跃 当你的心惊觉这一瞬 一座城市 已攥紧你绝命的籍贯 老 沒有詞 只有餓在咽喉下的身影 才懂得 反叛 越纤细 越极端 一種长出金黄斑点的粒 推开水泥波浪 只比世界高一寸 海蝴蝶 不奢望迁徙出恐怖 非呀 塔玛拉和父亲 淋淋扛著身体 轻拍下一代流亡者入眠 灰烬的目录 没有最远处 没有最远处 你欺在醒来 就脱掉重量的柱纸上 树叶暗绿的灯罩挪进 当你不怕被一缕箱掘住 成为那缕箱 移物般地毁一封信 打着海浪的油戳 欧阳 欧阳 灰热灰 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 灰热灰热灰 灰热灰热灰 schweben. Den Meeresschmetterling fällt nicht ein, den Schrecken hinter sich zu lassen. Er fliegt, Tamara und der Vater. Er flackert, trägt die Körper und wiegt tätschelnd die nächste Generation von Exzellanten in den Schlaf. Der Gehalt von Asche hat keinen Horizont. Du lässt dich hier nieder und schüttelst beim Aufwachen das Gewicht des Hauses ab. Der dunkelgrüne Lampenschirm aus Blättern kommt näher. Wenn du nicht fürchtest, von einem Faden Duft eingefangen zu werden, wirst du selbst dieser Duft werden und den Brief zurückbringen, den die Toten hinterließen mit dem Siegel der Ozean willen. Berlin. Vielen Dank. Second Punkt. 花园的轮回 花园的轮回 最厌倦春天的是花朵 死亡的园丁反复擦亮 父亲 一只放出鲜艳野兽的笼子 一年 高丸掉在血管之头 让风揉着石榴被过冬的蠢裁缝剪破一张人皮 葡萄铁丝网 生锈的牙 仔细咬一枚刚会涨红的阴蒂 春天 鞋底的钉子沾满碎肉 每个入口比流产还湿 父亲 灌溉我们的是海水 一幅沐浴中六岁的小小肩胛骨是一个概念 女孩从眼睛后面凝视 世界在世界后面 其中最惨痛的又记起生活的一刻 大海的地图上 大理石像复仇秘密建筑着 人称像情人被积雪的句子忽略 遍地嫩绿的小拇指再探出 仿佛从未被砸断 这口无底的棺材 花香为什么不变 最厌倦春天的 是想象 一年 岩石 岩石没能借走的 熟视了每一个海浪的 父亲的花园里 死者从未增加过 这块躯体的原地 从未拒绝我们再一次抽牙 被死亡照料着 被死亡所剩下 这一天 最后的冬天 冬天 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 一头转尾 冬天 治 Joint der gerade rot zu Schwellen versteht. Frühling, Kleingehacktes haftet an den Nägeln von Schuhsohlen. Ein jeder Eingang ist feuchter als eine Fehlgeburt. Vater, was uns bewässert, ist das Meer. Ein paar zarte Schulterblätter, sechs Jahre alt und im Bad, das ist etwas Begriffliches. Ein Mädchen schaut hinter den Augen, eine Welt hinter der Welt. Da ist, konzentriert, der bitterste Moment wieder des Lebens eingedenk. Auf Meereskarten gleicht Marmor der Rache, die heimlich schafft. Eine grammatische Person gleicht einer Liebe, übersehen von einem Satz gehäuften Schnees. Überall zarte Däumchen, die sich wieder recken, als wären sie ungebrochen. Dieser bodenlose Sarg, warum ändert sich ein Blumenduft nie? Am ehesten Frühlingsmüde ist die Vorstellungskraft. Was der Fels in einem Jahr nicht hat leihen können, ist längst vertraut mit einer jeden Welle. In Vaters Garten sind die Toten nie mehr geworden. Dieses Urland des Leibes hat uns niemals ein nochmaliges Sprießen verweigert. Vom Tod betreut, vom Tod übrig gelassen. Vielen Dank. 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 Dorfgeschichten. In dem Dorf. Auf Erden. Eine Päon. Sie überlebte. die nördte die nördliche die nördliche Sun-Zeit, sie ging über die Chin-Zeit hinaus. Sie war, überlebte sie war. Die Chin-Zeit. Sie war, überlebte sie war, überlebte sie war. Sie war, überlebte sie war. Sie war, überlebte sie war. Er war, überlebte sie war, überlebte sie war. Sie war, überlebte sie war. Nach, überlebte sie war. Er war, überlebte sie war. Auf der Erde. Sie war, überlebte sie war, überlebte sie war. Sie war, überlebte sie war. Sie war, überlebte sie war, überlebte sie war. Sie war, überlebte sie war, überlebte sie war.